Erwachsen werden ist nicht leicht, das werden die meisten von euch sicherlich verstehen. Es ist ein Prozess, der verbunden ist mit Momenten der Trauer, aber auch Momenten der Freude. Sich verlieben, küssen, sich trennen, streiten. In der Mitte dieses langen Augenblicks in ihrem Leben stehen fünf Mädchen aus dem Literaturclub und ihre zunehmende Aufmerksamkeit gegenüber Sex. Ich liebe diese Serie. Ich liebe Oh Maidens in Your Savage Season. In diesem Anime geht es um die eben besprochenen fünf Mädchen aus dem Literaturclub in der Blöde ihrer Jugend. Die Hauptrolle wird hierbei eingenommen von Kazusa Onodera, einem Mädchen für das sie wie allen anderen Sex sehr unangenehm ist, allerdings macht sie sehr überraschenden Kontakt an diesem Thema, als sie das Zimmer ihres besten Freundes Izumi Norimoto betritt und dieser die Hand in der Unterhose hat, indes er ein Porno auf seinem Laptop schaut. Izumi ist eben, wie die meisten Jungen in seinem Alter, interessiert in Sex und hat eben gewisse Bedürfnisse. Aber die keusche Kazusa ist in ihn verliebt und macht sich nun Gedanken. Denkt Izumi auch über Sex mit ihr nach? Funktioniert eine Beziehung zwischen den beiden überhaupt? Auftritt Hauptfigur Nummer 2, Nina Isugabara. Ein Mädchen, was sehr überzeugt davon ist, erwachsen zu sein. Unter allen fünf ist sie quasi die aufgeschlossenste gegenüber Sex und bei einem Gedankenspiel, was die literarischen Mädchen führen, bei dem sie über eine To-Do-Liste nachdenken, wer was vor seinem Tod noch gerne erleben würde, schlägt sie Sex vor, was die Handlung dieser Serie überhaupt erst ins Rollen bringt. Mit ihrem Wissen versucht sie, Izumi und Kazusa zusammenzubringen, aber auf gewisser Weise macht das alles nur komplizierter. Hier kommt Hauptfigur, die dritte ins Spiel, Momoko Sudo, die beste Freundin der Protagonistin Kazusa. Vom Charakter sind sich beide sehr ähnlich, nur dass Momoko etwas mehr in die Cinnamon-Roll-Kategorie fällt. In Episode 3 sagt sie ausdrücklich, dass sie noch nie in einen Jungen verliebt war und wer mich kennt und versteht, warum ich das so betone, der weiß auch, warum dem so ist. Und ihr Subplot ist ziemlich gut, allerdings bekommt ihr erst gegen Ende der Serie Aufmerksamkeit, von daher kann ich nicht viel dazu sagen, ohne zu spoilern. Als vierte stelle ich euch Rika Sonosaki vor. Sie ist die Leiterin des Literaturclubs und so ziemlich diejenige, die die meiste Abscheu gegenüber Sex empfindet, was so weit geht, dass sie sogar für die Besprechung des Themas während Romandiskussionen auf der Suche nach einem alternativen, blumigeren Begriff für das Wort ist. Als Kontrast ist sie allerdings auch diejenige, deren Subplot so ziemlich am schnellsten und glücklichsten abgearbeitet wird, wo sie sich mit ihren eigenen Ansichten gegenüber Jungen, Beziehungen und Sex konfrontiert sieht. Abschließend bleibt uns Hito Ha Hongo, eine angehende Autorin, die Erotik-Romane verfassen soll. Als die Editor sie jedoch darauf hinweist, dass ihre Sexszenen viel zu unrealistisch sind, realisiert sie, dass sie Erfahrungen braucht. Online tauscht sie schon lange Sexfantasien mit einem anderen Mann aus, den sie nun nach echtem Sex fragt. Beim Treffen stellt sich heraus, dass dieser Mann ein Lehrer an ihrer Schule ist und diese Story wird nicht einfach sein. Zumindest hat sie gutes Material, um den Lehrer zu erpressen, damit er Aufseher des Literaturclubs wird, da dieser sonst geschlossen worden wäre. Normalerweise mag ich es nicht, so einen langen Abschnitt in meinen Videos zu haben, in denen ich im Detail den Plot der Serie erkläre, aber Oh Maidens in Your Savage Season ist eine Geschichte, die sich aus fünf parallel laufenden Subplots zusammen ergibt. Da bleibt mir wohl keine andere Möglichkeit. Dieser Anime ist geschrieben von Mari Okada und im Gegensatz zu ihren üblichen Serien gibt es nicht unbedingt den einen Plot, der alle Geschichten miteinander verbindet. Hitohas und Rikasa-Plot existieren zum Beispiel so gut wie bis zum Ende ganz in ihrer eigenen Blase, bis der letzte Abschnitt der Serie schlussendlich alle Figuren zusammenzwingt. Vergleichen wir das mit Nagino Asukara, wo es um die Beziehung zwischen Wasser und Landmenschen geht und um ein großes Festival, oder Anohana, wo es darum geht, ins Reine mit Geschehnissen aus der Vergangenheit zu kommen, hat Oh Maidens nicht nur eine andere Struktur als übliche Okada-Serien, sondern auch gleichzeitig einen ganz anderen erzählerischen Ton. Okada-Stil ist bekannt dafür, extremst melodramatisch zu sein und ich stehe auf den Scheiß, aber das tut nun mal nicht jeder. Oh Maidens bricht aus der üblichen Okada-Formel aus und bietet eine überraschend leichtherzige Erzählung, was gerade bei den Themen der Serie, Pädophilie, Lehrerschülerbeziehung und das Entdecken der eigenen Sexualität, sagen wir, überraschend ist. Dieser Anime kann sehr unangenehm werden. Er konfrontiert den Zuschauer mit einer sehr gnadenlosen Darstellung eines Pädophilen und mit vielen detaillierten Gedankengängen über Sex, das alles ist aber umwickelt von einer gewissen Befreitheit. Oh Maidens ist keine Serie wie Anohana oder Anthem of the Heart, wo die Figuren mit einer großen lebensverändernden Situation konfrontiert werden. Natürlich, die Figuren hier lernen auch was für die Zukunft, aber in einem realistischeren Umfeld. Wir beobachten nur einen kleinen Teil des normalen Lebens dieser Figuren. Am Ende wissen wir, egal wie diese Geschichten für die einzelnen Figuren ausgehen werden, wird ihr Leben weitergehen. Doch wie macht man ein letztendlich normales Leben so besonders, dass es in einem Anime resultiert, den ich wirklich liebe? Zum einen überlasst es Mario Okada mich jedes Mal wieder zu faszinieren, wenn sie etwas schreibt, aber darauf ging ich eben schon ein. Zum anderen überlasst es Masahiro Ando aus dem Zeug, was ihm überlassen wird, etwas Großartiges zu machen. Als Regisseur von Setsu and the Tempest, Snow White with the Red Hair, Sword of the Stranger und Hanasako Iroha, hat er nicht nur schon oft genug unter Beweis gestellt, dass er ein generell großartiger Regisseur ist, sondern auch sehr gut mit Okada zusammenarbeiten kann. Sie schrieb Hanasako Iroha und das Drehbuch zu Setsu and the Tempest. Die beiden sind also miteinander vertraut, sie sind ein eingespieltes Team und genau das lässt Omaidens von vorne bis hinten scheinen. Jede Episode hat ein bis zwei Momente, bei denen ich ernsthaft Gänsehaut bekam, immer wieder aufs Neue. Kein Wort wird gesprochen, ein leises Klavier klimpert im Hintergrund. Wir haben ruhige Kameraeinstellungen ohne Bewegung im Frame und dann kommt der Moment. Damit diese Momente auch funktionieren, brauchen sie gute Musik. Und um das ganz einfach auszudrücken, fuck, ist der Soundtrack gut. Moi Hyuga ist für die Musik dieser Serie verantwortlich und seit 2013 ist sie immer mal wieder so ein bisschen hier und da. Hat bei verschiedenen Soundtracks irgendeine Kleinigkeit beigetragen, bei Nobunaga the Fool, Plastic Memories, Okkultik 9, aber auch Anthem of the Heart und die erste Staffel Mobile Suit Gundam Einblooded Orphans, die beide von Okada geschrieben wurden. Bis sie 2016 die Honeyworks-Filme I've Always Loved You and The Moment You Fall In Love musikalisch untermalte, gefolgt von Steins Gate Zero in 2018 und nun Omaidens. Ihre Musik würde ich als relativ klassische Soundtrack-Musik bezeichnen, aber eher auf dem Spektrum, dass sie nicht unbemerkt im Hintergrund dudelt, sondern dich bewusst Dinge fühlen lassen soll, die eine Stimmung vorgeben lassen soll, was sie handwerklich definitiv ziemlich gut kann. Omaidens in Your Savage Season ist eine Serie, die so offen, ehrlich und sogar bildend mit Sex und Sexualität umgeht, wie ich es zumindest in noch keinem Anime zuvor gesehen habe und um meinen Punkt zu verdeutlichen, muss ich auf Details eingehen. Von daher wird hier auf dem Screen gerade irgendwo die Zeit eingeblendet, zu der ihr skippen solltet, wollt ihr Spoiler vermeiden. Alle Spoilerflüchtigen weg? Alles klar, dann wollen wir mal. Gehen wir als allererstes auf den Punkt ein, den die meisten sowieso mit mir verbinden werden. Das lesbische Mädchen Momoko. Wie vorhin erwähnt, geht ihr Plot erst so richtig gegen Ende der Serie los, aber davor schon wird sie mit einem Jungen verkuppelt und sie tauschen Nummern aus, schreiben miteinander, gehen auf Dates, aber Momoko fühlt dabei nichts. Für sie ist es seltsam. Sollte sie nicht etwas fühlen. Laufen Beziehungen nicht normalerweise so ab, bis sie endlich realisiert, dass der Kontakt mit dem Jungen ihr nicht gut tut und weniger mit ihm redet, bis sich herausstellt, dass der Kerl ein Arschloch ist und sie ihn komplett abschießt. Nicht wortwörtlich. Während all dem verbringt sie viel Zeit mit Nina, die dabei ist, ihrer besten Freundin Kasuzan Beziehungsangelegenheiten zu helfen. Sie schwärmt von ihr, von ihrem Aussehen, wie erwachsen sie doch ist, wie toll sie doch ist. Momoko wird rot, wenn sie das gemeinsame Bad betritt und nach ihrer schlechten Erfahrung mit dem Typen versteht sie es endlich. Sie ist verliebt in Nina. Aber ist es normal, sich als Mädchen in ein anderes Mädchen zu verleben? Am Anfang der Serie machen die drei, Momoko, Kasuzan und Nina ein Spielchen. Wenn sie mit jemandem schlafen müssen oder die Welt geht unter, mit wem würden sie schlafen? Momoko verändert Kasuzan gegenüber die Frage. Wenn sie mit ihrem Lehrer schlafen müsste oder mit ihr, Momoko, mit wem würde Kasuzan schlafen wollen? Kasuzan antwortet, dass sie Momoko zwar mag, aber sie müsste sich ja für einen Mann entscheiden, oder? Daraufhin ist Momoko sprachlos. Sie fühlt sich hilflos und denkt, ihre Gefühle wären nicht normal. Momokos Abschnitt ist ziemlich deprimierend. So früh, wie ich wusste, dass sie lesbisch ist, was sie in Folge 3 mit ihrem Satz ich war noch nie in einen Jungen verliebt, dass eine Schreiber den Perspektive schnell verriet, wusste ich, dass sie arg nicht gut ausgehen kann. Alle anderen Mädchen sind heterosexuell, also wird Momoko natürlich nicht bekommen, was sie verdient. Nicht nur das, ihre Story beginnt mit einer sehr unzufriedenen Beziehung mit einem Jungen und bekommt kein Happy End, was ich alles ziemlich schade finde. Es ist ein Klischee, dass es im Hauptcast in solchen Serien nur eine queere Figur gibt und selbstredend kann diese bei einem Cast von sonst heterosexuellen Cis-Figuren keine Beziehung erlangen, siehe die Monogatari-Reihe, Steins Gate, Knights of Sidonia oder Maho Tsukai Tai. Es gibt viele Beispiele und das deprimiert mich. Die ganze Zeit bei Oh Maidens hatte ich so eine kleine Hoffnung, dass da vielleicht doch noch was kommt, immerhin hat Mario Okada auch das Drehbuch zum absolut wundervollen und sehr Queer und Wandering Sun geschrieben, aber nein, kein Happy End für die Queeren. Immerhin wird mit ihrem Charakter und ihrer Sexualität ansonsten in der Serie ziemlich gut umgegangen und gerade die Szene, wo sie Kasus erfragt, ob sie mit ihr schlafen würde, finde ich ziemlich stark. Aber Oh Maidens ist eine Serie, die nicht unbedingt Anime-typisch ist. Zwar an sich Klischees bedient, aber entsprechend kreative Elemente einbaut und daher wäre es schön gewesen, hätte man Momoko noch eine weitere querere Figur gegeben, in die sie sich verlieben kann. Eine spannende Sache, die Oh Maidens macht, ist den Unterschied zwischen romantischer und sexueller Einziehung in der Story unterzubringen. Beim Helfen von Kasusa und Izumi verliebt sich Nina in Izumi und kleine Bitch, die sie ist, macht sie sich weitaus aggressiver an Izumi ran, als sie es dann endlich realisiert, als sie nun mal sehr keusche Kasusa und das macht Dinge dramatisch, aber auch ziemlich interessant. Izumi hat starke Gefühle für Kasusa, die beiden kennen sich ein Leben lang und er ist ziemlich sicher, in sie verliebt zu sein. Warum allerdings bekommt er beim Denken an Nina, die so weit gegen Izumis Hand an ihren Hintern zu halten, einen steifen und beim Denken an Kasusa nicht? Die Auflösung? Gerade weil er Kasusa so lange kennt und sie für ihn quasi Teil der Familie ist, ist es seltsam für ihn, über Sex mit ihr nachzudenken. Es ist fast schon so, als würde man über Sex mit der eigenen Schwester nachdenken. Aber diese lange Hintergrundgeschichte hat er nun mal nicht mit Nina und er findet ihren Körper attraktiv. Schade nur, finde ich, dass es bei Ninas Plot zwar viel um die Sexualisierung von Frauen geht, aber sie ist letzten Endes nicht scharf, daraus auszubrechen. Am Anfang der Serie geht es darum, dass sie schon längst darin trainiert ist, Männer abzuwimmeln, die versuchen, sich an sie ranzumachen und später in der Serie wird Nina richtig wütend, wenn Kasusa meint, Nina würde ihr Izumi wegschnappen, nur weil sie hübsch ist und mal mit ihnen geredet hat. Also was passiert? Sie verliebt sich wirklich in Izumi und das eigentlich echt gute Argument, was gemacht wurde, dass man nicht auf ein Mädchen eifersüchtig sein sollte, nur weil sie hübsch ist und mit einem Schwarm redet, wird zunichte gemacht. Ninas gesamte Geschichte bezieht sich viel darauf, dass man nicht nur auf das Aussehen von Frauen fokussieren sollte und doch passiert genau das am Ende mit ihrer eigenen Geschichte. Oh Maidens in Your Savage Season ist eine eigentlich sehr feministische und progressive Serie, wie ich eben in der Spoiler-Sektion im Detail erklärte und auch wenn die Nachrichten hier und da schwächeln, kam ihr Punkt bei mir letzten Endes immer an. Aber ich bin auch eine Person, die mit diesen Themen schon sehr vertraut ist. Die Zuschauer, die sich damit noch nicht sehr beschäftigen und auf die Serie reagieren, kann ich nicht beurteilen. Aber Oh Maidens ist in seinen Botschaften schon weitaus klarer und besser als das letztjährige Hisomaso, bei dem ich mir immer noch nicht sicher bin in seinen Satz wie Ihr Frauen solltet nicht im Militär sein, weil ihr so emotional seid nun ernst gemeint war oder man damit auf Sexismus im Militär eingehen wollte, denn diesen Anschein macht Hisomaso zunächst, dass es darum gehen würde, aber die sexistischen Männer in dieser Serie wurden auch nie bestraft oder ihnen wurde auch nicht mal das Gegenteil bewiesen. Also das war schon eine komische Serie, aber die hatte Okada auch nicht alleine geschrieben, im Gegensatz zu Oh Maidens, was sie als erstes als Manga verfasste und schlussendlich auch das Drehbuch zur Anime-Verfassung schrieb. Ich für meinen Teil kann Oh Maidens in Your Savage Season nur empfehlen. Wer normalerweise nicht auf Okadas typisches Medodrama steht, sollte dieser Serie im Speziellen trotzdem eine Chance geben, eben weil der erzählerische Ton ganz anders ist im Gegensatz zu anderen Okada-Serien. Und wer sowieso schon Okada-Fan ist, ich glaube, der wird auch hier nicht enttäuscht. Die Serie gibt es hier in Deutschland auf High Dive, ein internationales Streaming-Dienst mit noch einem immer sehr kleinen Angebot in Deutschland, aber sie bieten ein kostenloses 14-Tage-Probe-Abo an. landkab clarine-Tage-Probe-Abo an. eine Counter-Karte-Probe-Abo an. Die Serie gibt es hier auch nicht ein